Willkommen in Bremen. Auf dem Stadtwerder zwischen zwei Flussarmen befindet sich die politische Bildungseinrichtung Liedezerhaus. Durch die attraktive Lage mitten in Bremen und doch im grünen Gelegen ist das Liedezerhaus ein ruhiger Ort und eine Insel für lebendige Seminare und Veranstaltungen. Das moderne Tagungshaus bietet mit seinen verschiedenen Räumlichkeiten viel Platz für qualifizierte Bildungsarbeit mit Jugendlichen und Multiplikatoren. Unser hauseigenes Angebot an pädagogischen Fachtagungen und Konzepten umfasst die Themen demokratische Bildung, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Rechtsextremismus, internationaler Jugendaustausch, Medienpädagogik und Erlebnispädagogik. Unser Haus ist mit modernen Doppeln und Einzelzimmern ausgestattet und bietet sich somit hervorragend für mehrtägige Seminare an. Die großzügige und offene Gestaltung des Hauses ermöglicht auch anderen Organisationen mit ihren eigenen Seminaren das Haus zu nutzen. Um den Gästen einen erfolgreichen Lernprozess zu ermöglichen, arbeiten Küche, Hauswirtschaft, Verwaltung und der pädagogische Bereich Hand in Hand und sorgen für eine gute Atmosphäre. Wir bieten eine Umgebung, die ein produktives Arbeiten mit allen Sinnen ermöglicht. In den Pausen sorgen wir mit einer gesundheitsbewussten Verpflegung für das leibliche Wohl und mit Räumen der Begegnung für Austausch, Entspannung und Luft holen. Lassen Sie Ihren Tag in einem gemeinsamen Grillabend ausklingen oder nutzen Sie die attraktiven Freizeitmöglichkeiten des Naherholungsgebiets um die Bildungsstätte herum. Außerdem lädt die nahegelegene Bremer Innenstadt zu einem Stadtbummel ein. Mit diesem kleinen Einblick in das Liedeze-Haus wollen wir Sie einladen. Besuchen Sie unser Haus und nutzen Sie unser Bildungsangebot oder führen Sie Ihre eigenen Seminare durch. Im Liedeze-Haus macht Bildung Spaß. Im Liedeze Jezus Vielen Dank.